Hallo und grüßeng zu einem kurzen Infovideo zum Thema Windward Multiplayer. Zu Windward habe ich ja letztlich einen Casual Friday gemacht und dort angekündigt, dass ich mir eventuell jemanden suche für eine Multiplayer bzw. Koop-Partie. Und geworden ist es, wie natürlich geplant, gebe ich zu, die liebe Tracy bzw. Tracina, die ein paar von euch vielleicht kennen vom unter anderem Tropico 5 Multiplayer bei Terraria, da war sie auch mal zu Gast und an dem Podcast haben wir auch mal zusammen aufgenommen. Und Windward haben jetzt ein paar Folgen hintereinander gemacht und die Tracy findet da ganz frisch ins Spiel rein sozusagen. Hat sich auch mal 10 Minuten gespielt vor der Aufnahme und ich darf so ein bisschen herzeigen, ein bisschen begleiten, ein bisschen helfen sozusagen, weil ich nehme auch mein Schiff aus meinem Offline-Spiel mit. Da habe ich ein bisschen weiter gespielt nach dem Casual Friday. Und ja, zu sehen gibt es das Ganze natürlich bei der Tracy am Kanal. In dem Fall habe ich mich für das entschieden, dass wir es bei ihr zeigen, weil sie da eher im Hauptfokus ist und ich nur so ein bisschen unterstützende Rolle habe. Und naja, wen es eben interessiert, das Ganze mal im Multiplayer zu sehen und mich als Gast sozusagen, dem packe ich den Link in die Videobeschreibung bzw. wenn ich daran denke, ganz prominent hier mitten ins Bild an dieser Stelle. Ja, dann sehen wir uns vielleicht auf Traces Kanal oder sonst bei meinen nächsten Videos und ich wünsche in der Zwischenzeit, wie üblich, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.